so wo waren wir stehen geblieben hier stimmt wir waren zu schwach hierfür ich glaube das war level 20 oder was kann das sein ja den können wir leider noch nicht frei räumen den weg aber achte mal da war doch noch jemand wer konnte das noch lasst mich mal kurz überlegen wer war das denn noch mal ja stimmt honey kommen wir wechseln mal ganz kurz so handelt so da wären wir schon und da ist sie da ist die gute ja um einfach nur mal rein rein zu schnuppern hier ne ich würde gerne wissen wollen was hier versteckt ist da gucken wir mal freunde mein umzug rückt immer näher ich freue mich riesig doch hier produzieren ach du scheiße 2468 okay das werden wir nicht schaffen wir versuchen es trotzdem wir werden es trotzdem versuchen ein kleines kind ist ganz schön stark dafür ach du scheiße keine chance brauchen wir gar nicht erst auch was zu machen ich heile mich erst gar nicht oder sollen wir uns heilen das ist ja zwischendurch mal daneben haut oder ne freunde keine chance für die leute die sich wundern warum ich so rot bin ich habe mich gerade frisch rasiert da bin ich immer ein bisschen rot bekommen wir wechseln hier schnellstens die die gruppe noch mal handelt ist zwar schön und gut aber wir müssen noch die anderen leveln kommen wir nehmen wir den mal mit wer ist denn primose hat nur level 13 nein das geht nicht so gucken wir mal vielleicht können wir noch was an der ausrüstung machen ah ja die hat auch ein deutsch gab ne ach so wir haben jetzt gedeons deutsch übrigens warte mal da müssen wir mal ganz kurz nachschauen oha freunde eine sehr schöne waffe wie ich finde ja die behalten war für terion die hat er sich richtig verdient dann kriegt sie dafür den mondsichtel deutsch ich denke das ist eine gute alternative das ist bleibt so aber 216 ist schon vielen was haben wir sonst noch ja das ist besser da sehe ich mich eher charakter was krak krabant das kriegt sie und noch eine schöne silberweste hinzu jude voll so sie hat ausweichen ja dafür ein bisschen mehr gp was haben wir hier fp 10 ist jetzt nicht die welt stattdessen lieber verteidigung oder 201 verteidigung ist es schon mies freunde ist es ist sehr wenig aber wir können aber ganz kurz gucken wir haben ein bisschen kohle gucken wir mal ganz kurz was könnten wir denn kaufen oh für sie tatsächlich gar nichts na gut na gut na gut wir könnten uns jetzt reihe theoretisch nach oben kämpfen ah ne hier ist das haus hier geht es gar nicht weiter ähm wo geht es lang wir könnten heiligenbrück sollen wir da mal hingehen ähm könnten wir machen ne müssten wir uns nur hier durchkämpfen ja komm das machen wir mal wir sind ja hier in krambruch kann sein dass wir noch einen weg nicht gesehen haben ne schauen wir jetzt mal dü 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 oh den können wir beklauen ach ja da war ja was ach ja gendos fußbekleidung acht prozent die werden wir brauchen für äh ja für eine quest ne aber acht prozent ist mir zu wenig freunde wir hätten das geld durchaus um das auszuprobieren aber das lassen wir mal sein wir leveln lieber noch ein bisschen und dann so ähm ich würde vorschlagen freunde wir gehen jetzt wo gehen wir am besten lang also wenn wir uns hier hier rein kämpfen das ist der war zu schwer ne östlicher heilenbrück übergang da war ich glaube level 40 oder was ne wir gehen jetzt einfach mal hier nach osten zum südlichen erzquell passt und dann gucken wir mal weiter dann gucken wir mal weiter so ja guckt euch mal die waffe an ihr wahnsinn ne ist echt eine gute gute waffe gewesen der die ähm was wollte ich sagen der endboss von kapitel 2 von cirrus war durchaus äh brauchbar oh wie süß also geridons dolch war sehr gut wie ich fand hat aber nicht überlebt ne der gute geridon der hat das zeitliche gesegnet am ende selber schuld ja sie ist wirklich noch sehr sehr schwach prima rose aber geil ne dass sie dunkelheits zaubert in teil 2 ist das ja agnea da hat sie äh wind und ich muss ganz ehrlich sagen agnea ist für den letzten endboss gut für den secret boss aber so fand ich sie jetzt nicht so prägend ist natürlich alles geschmackssache ne aber ich fand sie hat einfach zu wenig damage gemacht und ich hatte sie wie gesagt ich hab alle level ähm alle charaktere ich weiß gar nicht auf level plus 90 und da fand ich sie jetzt nicht so gut aber hier merkt man deutlich dass die dass die anfangs level viel viel äh stärker sind auch ne dort bei ähm Octopod Traveler 2 fand ich persönlich jetzt ähm ist es wesentlich schwerer mit einer gruppe zu leveln wie ich finde so gehen wir jetzt hier lang ja aufgrund dessen der tatsache dass eigentlich nur sehr wenig AOEs zur verfügung stehen fand ich jetzt ein bisschen schade so jawohl hoha aber wir machen mal dunkelheitszauber oh ja das hat doch noch ein bisschen energie abgezogen aber nur bisschen ähm so jetzt müssen wir mal schauen ich hab erst gehört er macht selbstzerstörung der kollege oh das ist schon fast level 15 die gute prima rose ah hier kommen wir nicht lang glaube ich ne kann das sein doch ach so stimmt da war level 40 glaube ich freunde ja ich glaube da ging es auch nicht weiter bin mir jetzt aber nicht ganz sicher oh ca tausend fast 2000 und da ist äh in dem level na das ist ordentlich Joe Stamp Na komm. Was hast du überhaupt? Wasser. Werden wir nicht gebrauchen. Jawoll. Na komm, machen wir Dane hier. Na komm, machen wir Dane hier. Hat er das überlebt, die Schweinebacke? Ich werde verrückt. Ich bin bereit. Ich sag jetzt. Boah. Scheiße, das haben wir nicht überlebt, ey. Krass. Okay, das war echt krass. Habt ihr gesehen? Wie unfair war das, bitteschön? Hat er Selbstmord begangen? Hat der eiskalt Selbstmord begangen? So, jetzt aber. Auf ein neues. Südlicher Erzquellpass. Oh, was ist das, was ist denn das hier? Hab ich jetzt gar nicht gesehen. So, nochmal ganz kurz gucken. Boah, 45. Boah. No way. Haha. No way. Äh, ne. Das lassen wir mal. Okay, schade. Dann kommen wir da schon mal nicht mehr weiter. Hm. Gut. Äh, Olbry können wir aber. Kapitel 2. Müssten wir nur von hier ausgehen. Von Slavik. Und uns dann nach oben durchfighten. Das könnten wir machen, ne? Das können wir machen. Oh. Empfohlene Stufe 27. Gut. Machen wir. Aber dann müssen wir, äh, den guten Olbryg dafür ausrüsten. So, gucken wir nochmal ganz kurz hier. Hier können wir noch ein bisschen beklauen. Danke. Legen wir uns mal ganz kurz schlafen, würde ich sagen. So. Und jetzt, äh, mal ganz kurz hier. Die Gruppe wechseln. Nee. Wo ist ein Olbryg? Da. Boah, 27 ist aber schon heftig, ne? 27 ist viel. Warte mal. Müssen wir mal ganz kurz gucken, ob der vielleicht ein paar andere Sachen benötigt. Nö. Haben wir. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Was hat der Ohrringe Max? Verteidigung. Ja. Lassen wir so. Würde ich sagen. Aha. Okay. Haben wir auch. Hier. Oliwe des Lebens. Ja. Muss nicht sein. Äh. Ahnenreihe der Familie Byron. Information. Die werden uns vonnöten sein, Freunde. Ein Historiker, der sich mit den gründlichen Erforschungen der Adelsfamilie beschäftigt. Mit ihren Ursprungen und ihren Stammbäumen. Niemand weiß, warum er das tut. Am wenigsten er selbst. Geil. Das werden wir noch brauchen. Diese Information. Olivenblüte. 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 Substanz, die Leben regeneriert. Ah. Sehr gut. Ja komm. Wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen was auffrischen können. Da brauche ich gar nicht nachzuschauen. Aber hier sind ein paar anregende Pflaumen vielleicht. Die kann man immer gebrauchen, Freunde. So, jetzt haben wir 55. Da sind wir auf der sicheren Seite. Nehmen wir auch mit. Ist doch klar. 98 sind wir dabei. Ein verborgenes Objekt, meine Damen und Herren. Wieder erwartet hat der Dorfvorsteher von Swaraki nur wenig Talent für die Jagd. Dafür kennt er sich im Finsterhold aus und sein Volk hält viel von seiner Weisheit. Allerdings geben sie gern zu, dass er die Angewohnheit hat, etwas zu ausschweifen in seiner Erzählungen zu werden. Kenne ich das Problem. Oliven des Lebens. Danke. So, machen wir nochmal ein Studium. Oh, 42%. Hat nicht funktioniert. Ah, müssen wir nochmal ganz kurz... Ja, das machen wir noch schnell voll, würde ich sagen, oder? Dann haben wir nämlich jeden hier genauestens inspiziert. So teuer wird das ja nicht sein, hoffe ich. Tausender nur. Ja, da sehe ich mich. Für einen Tausender machen wir das. Danke. Vielleicht ist es ja nützlich, weiß man nicht. Da ist es doch Vorräte im Überfluss. Oho. Ein Jäger, der ganz versessen auf die Position des Vorstehers war, äh, Dorfvorstehers war, aber von einem anderen übertroffen wurde. Er hat diese Ambition aufgegeben oder möchte zumindestens, dass andere dies glauben. In Wahrheit wartet er geduldig auf eine Gelegenheit, den Dorfvorsteher zu verdrängen oder zumindestens dafür zu sorgen, dass sein Sohn Erfolg hat, wo er versagte. Ah, der Schmied hat neue Waffen. Gehen wir mal hin. Na hier, dieser Soldatenbogen wahrscheinlich, ne? Falken, oh ja, dieses Gewand hier, guckt euch das mal an, hier. Falkengewand. Das kostet gerade mal läppische 1.000, ne, 8.160 und hat hervorragende Werte, wie ich finde. Das kauft man direkt zweimal. Oh, reicht gerade so noch das Geld, Gott sei Dank. Guck mal, das ist ein Anfangsdorf, dürft ihr nicht vergessen, ne? Das ist ein Anfangsdorf und guckt euch mal die Werte an. Wunderbar, oder? Schön. Beautiful. Okay. Dann gehen wir mal hier raus. So, hier wären wir. Jetzt müssen wir auf der Karte, ich glaube, wir müssen uns hier nach links halten und dann geht es nach oben. Da geht es, glaube ich, schlank. Gucken wir mal. Geplündert haben wir ja hier alles. Oha. Erwurz ist noch ein bisschen stark, ne? Bisschen viel stark, würde ich sagen. Oh, was machst du denn hier? Studieren. Wo der Riesenkeiler umherstreift. Geil. Nicht alle Gelehrten sind für das Leben am Schreibtisch geeignet. Dieser Gelehrter beispielsweise würde lieber Feldforschung betreiben, die wilden Bestien in ihren Elementen erleben und sich ihnen im Kampf stellen. Natürlich alles im Sinne der Forschung. Selbstverständlich gehen solche Versuche nur selten unfallfrei vonstatten. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo der große Keiler ist, wenn wir diese Information benötigen. Hier waren wir. Ich glaube, das wäre ja gar nicht nötig gewesen, ne? Oh, wie süß. Wie süß ist das, bitteschön. So. Auch noch elf. Stufe elf hier. Genau, und jetzt müssen wir irgendwie nach oben gehen, von hier aus. Sollen wir mal kurz gucken hier. Wo ist der Weg? Ah, hier. Hier geht's hoch. Blitz und Feuer also. Olbrick macht das schon. Ja, brauchen wir. Komm, machen wir nochmal. Das erste Mal, dass Zirus mal Nahkampf gemacht hat. Bei mir. Sonst lasse ich den immer gerne zaubern. So. Gefahrenstufe 24. Perfekt. Da sind wir nämlich am Anfang nicht hingegangen. Jetzt können wir uns hier mal in Ruhe umsehen. Wir speichern mal ab. Boah, wir sind schon Level 30 mit Therion, ne? Boah, wie schnell das geht hier. So. Jetzt wird hier alles eingesammelt, was nicht niegelnagelfest ist. Hier geht's bestimmt nachher noch weiter, glaube ich, oder? Ach, guck mal. Hier grenzt das, äh, Winterland an. Mal gucken, was diese können. Was ist das? Schweinerei. Nein, der gute Zirus kann nicht zaubern. So ein Mist aber auch. Da lacht er sich weg. Da lacht er sich weg hier. Oh, komm schon. Habt er das überlebt? Ich werd verrückt. Boah, der arme Zirus kriegt die volle Packung hier ab, ne? Der kriegt die volle Packung hier ab. Ah, wenigstens ist einer weniger jetzt. So, komm schon. Lass mich nicht im Stich. Jawoll. Komm, wir heilen uns mal lieber. Perfekt. Schwupps, die Lups sind mal wieder voll. Und Olbrick Level 20. Perfekt. Ja, vielleicht kriegen wir noch das ein oder andere Level hier noch. Von Irphein. Was haben wir hier? Oh, westliche Wildnis von Stillsee. Komm, gehen wir einfach nur einmal rein, dass wir die Karte aufgedeckt haben. So. Ja, und da geht's auch direkt hier zu der Stadt hier. Und da können wir von Prima Mose Kapitel 2 machen. Machen wir aber nicht. Wir wollen von Olbrick. Geil. Winterlandschaften. Ich liebe sie. Hab auch schön gemacht, ne? Wo das hier angrenzt, ne? Geht's da runter? Ne. Sah grad so aus, ne? Oh, ein Keiler. Ziemlich großes. Wir gehen als allererstes auf den Riesenkeiler. Ah, der ist also gegen Licht empfänglich. Machen wir Feuerballion, ne? Wrong. Now then. I will cut you down. Perfekt. Keiler ist tot. Mal schnell einen Schluck trinken hier. Ah. Now then. Ah. I will cut you down. Now. What next? Oh, Cirrus Level 27. Sehr schön. Ah, wir haben einen Schrein entdeckt, meine Damen und Herren. Wir haben einen Schrein entdeckt. Geil. Oh. 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 wir machen lieber zwei stunden, aber das ist nicht schlecht die Fähigkeit ich finde wieder mal lacht aus dem weg hier beiseite sage ich so dann mal rein in die gute stube würde ich sagen schreien der jägerin nein wir haben handelt nicht dabei oh guck mal der erste schrein wo es eine truhe gibt olive des lebens okay freunde das heißt wir müssen hier noch mal hin in diesem sinne meine freunde ich wünsche euch viel spaß das war das schreien wir sehen uns im nächsten video bis dann ciao